Er muss noch vor Gericht, der Amokfahrer von Graz. Und er muss tatsächlich auch dort erscheinen. Nach dem Hin und Her der letzten Tage haben zwei psychiatrische Gutachten jetzt bestätigt, der 27-Jährige ist voll verhandlungsfähig und muss sich verantworten für seine Amokfahrt durch die Grazer Innenstadt mit drei Toten und mehr als 100 Verletzten. In einer Woche wird hier gegen jenen Mann verhandelt, durch dessen Amokfahrt drei Menschen getötet und rund 100 verletzt worden sind. Seit heute steht fest, dass der 27-Jährige auch hier Platz nehmen wird, denn er wurde nach Meinung zweier Sachverständiger für verhandlungsfähig erklärt. Es wurde ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten ist am heutigen Tage beim Landesgericht für Strafsachen eingelangt, wird dann zugestellt und der vom Gericht bestellte Sachverständige hat die Verhandlungsfähigkeit bestätigt. Die Verhandlungsfähigkeit hat der Gutachter Manfred Walzl bestätigt, der den Amokfahrer auch als zurechnungsfähig eingestuft hatte. Der Psychiater Peter Hoffmann attestierte Mann zwar auch Verhandlungsfähigkeit, hält ihn aber für unzurechnungsfähig wie ein dritter Mediziner. Der Amokfahrer wird also vor Gericht erscheinen und dabei von einem Arzt begleitet werden. Es ist so, dass es eine Besonderheit des Verfahrens ist, dass ein psychiatrischer Sachverständiger während der gesamten Dauer des Verfahrens anwesend ist und zusätzlich kann auch nach Bedarf ein weiterer Arzt beigezogen werden. Auch für Zeugen und Opfer steht selbstverständlich medizinische Hilfe zur Verfügung. Da sich bereits 30 Medien akkreditiert haben, wird wegen des großen Interesses auch umgebaut. Für Zuschauer gibt es nur begrenzte Zählkarten. Es ist so, dass der Verhandlungssaal behindertengerecht adaptiert wird. Eine eigene Rampe wird eingebaut, um Personen, die Gehbehinderungen haben, die Möglichkeit zu geben, ohne weitere Hilfe in den Verhandlungssaal zu kommen. Zusätzlich, weil der Verhandlungssaal recht klein ist, wird ein weiterer Verhandlungssaal zur Verfügung gestellt. Hier wird mittels Livestream die Verhandlung übertragen und in diesem Verhandlungssaal können auch Zuschauer Platz nehmen. Das Verfahren soll zehn Tage dauern. Die Geschworenen werden über schuldig oder nicht schuldig und über zurechnungsfähig oder nicht zurechnungsfähig befinden.